Was hör' ich da, was les' ich da, so gar nicht mehr seit heute? Seid ihr mittlerweile denn des Wahnsinns fette Beute, reicht nicht alleine schon der grünen Schmählicher Verwahrt, dass ihr da nun mitzieht, kalt in euch auch faule sagt. Ein Streckgetrieb der Ressemeiler sei ja akzeptabel, die atomare Unkenntnis bei euch ist schlicht blamabel. Was hat man euch verabreicht, wie euer Hirn gewaschen? Ihr legt nicht nur selber, euch auch anderen in die Taschen. Man greift sich an den Kopf, erschüttert und betroffen. Woran habt ihr euch beim letzten Treffen so besoffen? Freitags für den Klimaschutz und dann nach Verraten. Streckbetrieb verharmlosen, seines Wahnsinns fette Braten. Was soll man dazu sagen? Was soll man davon halten? Macht ihr jetzt auf grüne Weisen auch noch mit Weinspalten? Blendet die Entsorgung jetzt auf, ganz einfach aus. Kommt das als Resultat des deutschen Bildungsnotstands raus. Was sind das für Spätschäden, die sich bei euch zeigen? Solltet ihr nicht besser lieber ohne Ahnung schweigen? Meiner sind Hattungbomben, die am Boden stehen. Solltet ihr in den Strickbetrieb als aggressive gehen? Hat man euch mal ehrlich wirklich ins Gehirn geschissen? Wer an euch verdreht, hat euch wohnen Schlaf gebissen? Braucht ihr eine Nachschulung? Habt ihr was versäumt? Dass ihr zur Stromversorgungssicherheit Nukleat räumt? Mein Gott, möcht' ich was sagen. Ich kann es echt nicht fassen. Habt ihr Porzellanlücken im Schrank, zu wenig Tassen? Wir liebten euch, wir informiert, dass ihr nicht haltlos kippt. Wenn ein Volksverdummern der Antoblopp nur schnippt. Herr, lass ihr vom Himmel regnen, möcht' man beider fliehen. Doch ein Herr, der dies vermag, ist nirgendwo zu sehen. Wenn in heißem Klima unsere Erde runtergeht, der Atommüll weiter strahlen, in der Kirche steht. Freitags könnt ihr weiter für das Klima demonstrieren. Genau so laut müsst ihr gegen Atomkraft protestieren. Geht nicht der Atomlobby jetzt barfuß auf den Leim. Rutscht nicht aus, bewegt ihr euch auch noch auf grünen Schleim. Glaubt dem Unsinn, die Atomkraft wäre gut fürs Klima. Wenn die Meiler länger liefen, wäre alles prima. Strahlen die Lobbyisten der Atom-Mafia euch an. Ein Schrottreaktor strahlen euch und uns vernichten kann. Geht nicht aus,